Die 4 besten Nerf Phoenix Produkte Ich habe kürzlich den Nerf Elite 2.0 Prospect QS4 Blaster gekauft und ich bin begeistert. Der Blaster ist sehr leicht und einfach zu handhaben. Das fest angebrachte Zielfernrohr ist besonders hilfreich und macht das Zielen viel einfacher und genauer. Die 8 Nerf Elite Darts sind schnell nachgeladen und der 4-Dart Blaster ermöglicht ein schnelles Schießen ohne Unterbrechungen. Ich habe bereits viele Stunden damit verbracht, zu zielen und zu schießen und es macht sehr viel Spaß. Ich würde den Nerf Elite 2.0 Prospect QS4 Blaster jedem empfehlen, der nach einem unterhaltsamen und einfach zu benutzenden Blaster sucht. Ich habe den Nerf Elite 2.0 Phoenix CS6 motorisierter Blaster ausprobiert und war begeistert. Der Blaster ist gut verarbeitet und schießt die Nerf Darts schnell und präzise ab. Das Fernrohr und das Clip Magazin sind super praktisch und die Erweiterungsoptionen bieten unendliche Möglichkeiten für kreative Spielideen. Der motorisierte Blaster macht es extrem einfach, schnell zu feuern und sorgt somit für eine spannende Nerf Schlacht. Ich kann den Nerf Elite 2.0 Phoenix CS6 wirklich weiterempfehlen. Ich habe kürzlich die Nerf Elite 2.0 50er Dart Nachfüllpackung gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die 50 Darts halten sehr gut und passen perfekt in meine Elite Blaster. Die Chance of Moon Iton ist robust und hält mehrere Kämpfe aus, ohne dass sie beschädigt wird. Ich schätze auch die Tatsache, dass die Darts wiederverwendbar sind und ich somit Geld sparen kann. Insgesamt ist die Nerf Elite 2.0 50er Dart Nachfüllpackung ein tolles Produkt und ich würde es jedem empfehlen, der Spaß am Nerf Blaster spielen hat. Ich habe den Nerf Elite 2.0 Shockwave RD 15 Blaster gekauft und bin absolut begeistert. Der Blaster wird mit 30 Nerf Darts geliefert und verfügt über eine 15 Dart Rotationstrommel. Das Schnellfeuer mit Pump Action macht das Spielen noch spannender. Außerdem gibt es Erweiterungsoptionen, um den Blaster noch cooler zu gestalten. Die frustfreie Verpackung war ein tolles Extra. Ich kann den Nerf Elite 2.0 Shockwave RD 15 Blaster auf jeden Fall empfehlen, besonders für alle Nerf Fans da draußen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.